Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele, lass gerne deinen Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich direkt los. So, liebe Seele, da wollen wir doch mal sehen, was der Tag für dich bereithält. Und das sieht sehr, sehr einladend aus, also können wir uns auf die eine oder andere Überraschung gefasst machen. Und da kommt auch schon der Rosenquarz ins Spiel. Der Rosenquarz steht natürlich nicht nur für die Liebe und Selbstliebe, er steht hier auch in der Entfaltung, in der Überraschung, in der Wandlung des Glücks. Also das Glück wendet sich jetzt auf deine Seite. Es geht sehr darum auch, wie sehr liegen dir deine Wünsche im Herzen? Also wie authentisch lebst du deine Wünsche? Wo soll Veränderung stattfinden? Gerade im finanziellen Feld wird hier heute eine sehr, sehr gute Entscheidung oder auch Nachricht kommen, die dich dazu einlädt, noch mehr über dich hinaus zu wachsen. Und das ist gut, denn da liegt auch deine Seelenfülle mit dabei. Und wo deine Seelenfülle da ist, da ist Erfolg auf ganzer Linie in der Vollendung auch nicht weit. Und der Rosenquarz energetisiert das auch richtig schön, nämlich er zeigt dir in dieser Hinsicht auf, dass du es annehmen darfst, dass du diese Wahrhaftigkeit darin auch spüren darfst und dass das Glück hier dann tatsächlich auch mal, weil es in die Vollendung geht, mit der Stabilität des Fundaments eher auf Dauer bei dir bleiben kann. Das hat was damit zu tun, dass du dich selbst wertschätzt, dein Leben wertschätzt und dir auch eine gewisse Form von Liebe zusprichst, auch auf finanziellem Gebiet, sowie auch im Gebiet von Arbeit. Hier geht es auch so ein bisschen um die Arbeit, auch wenn Samstag ist. Trotzdem ist der ein oder andere Gedanke an weitere Schritte für dich natürlich da. Was im Rosenquarz heute gestärkt werden muss, ist die Energie im eigenen Heim. Da bist du in letzter Zeit entweder unzufrieden gewesen oder warst nicht mehr ordentlich genug. Jeder kennt den Frühjahrsputz, jetzt kann man auch mal den Herbstputz machen. Es soll ein bisschen neu energetisiert werden, damit hier diese Fülle und das Glück sich auch wohlfühlt und dann wirklich sehr, sehr lange bleibt. Nicht nur auf Dauer, sondern sehr, sehr lange. Ja, sehr gut. Und da kommt das Meerschweinkind dazu. Trage zur Erleuchtung des Universums bei, Erzengelin Maria. So, die Erleuchtung des Universums ist natürlich so die Verbundenheit. Ja, also das ist das, was die letzten Tage immer wieder präsent war. Welche Verbindungen zu welchem Menschen werden langsam rarer? Welche nehmen zu? Wo fühlst du dich wohl? Wo fühlst du Mehrwert? Wo fühlst du Minderwert? Wo fühlst du dich gewertschätzt? Wo fühlst du dich übersehen? Denn diese Waagschale sollte jetzt in den Ausgleich gehen. Und das geht, indem du dem Universum dabei hilfst, zu leuchten. Ja, denn Menschen, die dich übersehen, nehmen deine Weisheiten nicht an und können diese dann nicht weitertragen. Du nimmst zwar ihre Weisheiten an und trägst die auch weiter, aber das ist ein einseitiger Fluss. Das ist nichts, was die Menschheit auf Dauer glücklich macht, sondern eher spaltet. Wir brauchen Menschen, die zuhören, geben und sprechen, nehmen. Ja, also sie nehmen dein Wissen und geben es weiter. Du nimmst ihr Wissen und gibst es weiter. Und somit umhüllt ihr eine Fülle, weil auch diese Menschen die kompromissbereitesten sind. Und wo Kompromisse sind, da ist Wertschätzung nicht weit. Denn hier wirst du durch das Meerschweinchen und durch diese Präsenz der gleichen Energien einen sehr, sehr schönen energetischen Flow im Bereich von Freundschaften heute noch finden und auch die ein oder andere Einladung heute erhalten. Vielleicht sogar ein Geschenk. Und das muss nicht mal ein materielles Geschenk sein, sondern vielleicht sind es auch Worte, die du geschenkt bekommst, mit denen du einfach nicht rechnest. Auch das bitte als Geschenk ansehen. Ja, wow, und da kommt der Smaragd dazu. Das ist wirklich sehr stark. Denn der Smaragd steht genau dafür, für Geben und Nehmen, für die Vereinigung, für Freundschaften, die entstehen, für Partnerschaften, die sich festigen. Genau das, was du jetzt schon vorab für dich zurechtgelegt hast, verstärkt der Smaragd. Ja, also er gibt dir die Grundform von all dem, was sich vereinigen soll. Und deswegen bist du auch gerade auf deiner Zielgeraden so gesehen. Du bist auf deiner Zielgeraden, dass du für dich in den Weg kommst, den du Fülle nennst. Ja, dass du nicht nur menschlich dich wohlfühlst, sondern dass deine Seele auch sagt, diesen Takt im Leben, den können wir gehen, weil da ist für jeden etwas dabei. Und vor allem im Bereich von deinem Zuhause heute, also familiär, auch wenn du alleine leben solltest, wird es dann familiär gestaltet werden. Vor allem in deinem Zuhause sollte diese Vereinigung heute stattfinden. Also, schau doch mal dich ein bisschen um, welche Gegenstände hast du in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Vielleicht auch der ein oder andere Mensch auf einem Foto, wo du die ganze Zeit überlegt hast, sollst du dich melden oder nicht. Wir reden jetzt nicht von der Liebe, wir reden von der Familie. Da sollst du für dich heute eine Entscheidung finden und aus dem Herzen handeln und das wieder miteinander vereinigen. Denn in der Familie ist auch Freundschaft und das ist ein doppeltes Band der Zuneigung. Und dieses doppelte Band sollte nicht beschädigt sein, denn in der nahen Zukunft wirst du merken, dass du schon Unterstützung benötigst, aber auch hier wieder im Geben und Nehmen, also in der Gleichheit. Also, es ist sehr, sehr schön, dass es heute tatsächlich einfach nochmal so auf dem Silbertablett serviert wird, dass es nur gemeinschaftlich funktioniert. Jetzt fragst du dich, was funktioniert denn nur gemeinschaftlich? A, Fortschritt und B, auch diese Bestandhaltung. Also, so dein Ist-Zustand beibehalten. Auch das kann nur in gemeinschaftlicher Funktionsweise gelingen. Deswegen ist hier auch die Sicherheit sehr, sehr prägnant in deinem Fundament zur Vollendung mit dabei heute und soll dir auch aufzeigen, dass diese Gemeinschaft, die du wirklich formen möchtest, stark geformt werden soll. Auch hier, kooperiere, bedeutet, sei kompromissbereit, denn du fühlst aus dem Herzen, diese Menschen werden niemals etwas gegen dich verwenden und handeln zum gleichen Wohle wie du, nämlich für die Allgemeinheit, für die Gemeinschaft. Und es ist wichtig, dass du kein Ego unterstützt, sondern die Gemeinschaft. Ja, Mokai Tjaspis, sehr, sehr interessant, hier diese noch zu sehen. Er entfesselt so ein bisschen die Macht in dir, zeigt dir, dass Neuerung ansteht, ja, dass auch, ja, dass das eine oder andere Risiko eingegangen werden muss. Das heißt, wenn der Angsthase heute mal rauskommt, streichel ihn, aber lass ihn dann wieder weiterhoppeln. Also die Angst darf immer mal gesehen werden, aber sie darf dich nicht kontrollieren, denn immerhin sind die Angst nur eine Form von Gedanken und, ja, Meinungen. Es ist aber auch wichtig, dass du dieses Abenteuer, was dein Leben betrifft, angehst, da du hier einen großen Wert für dein Leben mitnehmen kannst, nämlich den deiner Fülle wieder. Und das eben im neuen Abenteuer, in deiner Erneuerung und vor allem in deiner Macht, die du heute in dir entstehen lässt. Ja, und da kommt der Schwan ganz richtig. Beweise, Anmut und Würde. Erzengel Bockby. Und deine Würde ist unantastbar. Ja, das ist etwas, was man dir nicht nehmen kann. Beweisen, dass du Würde hast, bedeutet nämlich kooperieren und anderen Menschen ihre Würde genauso lassen, wie sie dir gelassen werden sollte. Daher heute ganz wichtig, auch wenn dein neues Abenteuer beginnt und du dein Fundament des Lebens formst, handel heute für die Gemeinschaft, denn die Verbundenheit ist wichtiger als das eigene Ego.